Was geht YouTube? GangsterTV ist am Start hier frisch. Und ja, ich werde vielleicht, aber nur vielleicht, bald einen Laptop kriegen. Und da kann ich dann auch noch die Videos schneiden und so, aber den Kanal wird es dann vielleicht nicht mehr geben. Wollte ich euch nochmal so informieren. Aber auch nur vielleicht. Nur eventuell. Vielleicht auch nicht. Ja, das wollte ich auch nur sagen und ich will wieder sagen, ciao bis zum nächsten Mal.